Moin Moin liebe Leute, willkommen zu einer Runde LS17 auf der... jetzt hab ich den Namen vergessen... Wildbachtal. Wir sind gerade dabei, ein bisschen Gras zu mähen, für die lieben Tierschen. Also ich bin, ne? Wir wär ja im mehrfachen Sinne. Und ähm, ja. Ich spinn ja alleine. So, wir machen die hier und dann gibt es gleich noch eine Wiese. Und jetzt kraxelt der hier den Bärsch rauf. So, wie könnte man die in... echt schnell ist unterwegs hier, unser Deutz. Aber egal. Hier nehmen wir natürlich auch noch mit. So. Ich hoffe, der hat genug Dampf für eine Presse. Ansonsten müssten wir uns, ja, kaufen. Ganz schlecht mit 20.000. Oder wir müssten uns halt was mieten. Und bald beginnt auch hier wieder die Ernte auf dem Wildbachtal. Und dann könnte langsam aber sicher der Seasons rein. Ich will nur ein bisschen, ähm... Ja, wie soll ich sagen... Vorproduzieren? Ist das das Richtige? Boah, ich... Ich hätte mir besser einen anderen Schlepper gekauft, glaube ich. Und ich muss immer in die Tuning-Werkstatt geben. Gibt da mal ein Chip-Tuning. Ich meine, der hat 165 PS. Und der kraxelt hier hoch. Habe ich auch... Habe ich auch was Richtiges gesagt? 165 PS, oder? 165 PS? Ja, ich hätte mir so einen... Holen sollen... Ähm... Habe ich eigentlich... Äh... Die habe ich, ja. Übrigens, das Stroh-Add-On ist auch hier. 8600. Und warum hat die eine Kapazität von 14.000? Da ist da irgendwas foul. Also 14.000 für ein Ballen. Halleluja. Mööööö- Malau, wenn ich die Umstellung machen. Dannżeb der bestimmt stehen. Dann schl Expl lый den Common Key Fist bestimmt auch einen PS. So haben wir es jetzt bald geschafft. Jawohl... Ein kurzen. Ein kurzer aligner Anteil anst winsen. So, jetzt noch einmal rauf und dann geht es zur anderen Wiese. So, jetzt muss ich noch mal kurz gucken, die ist da, also müssen wir da lang, da Richtung Shop, alles klar. Guck mal, ist die Direkte verqualmt. So, Richtung Shop und dann müssen wir rechts runter. Dann haben wir ein paar Ballen. Ich habe auch diese platzierbaren Ballenlager-Dinge drin. Wir sind schon richtig, ne? Hey, bin ich blöd? Ja, wir sind richtig. Da müssen wir hin. So. Das müssen wir hier rinnen. Das müssen wir hier rinnen. Äh, X. Jetzt habe ich hier diese IC-Schlägerung angeguckt. So, und wenn wir das dann haben, dann wird geschwadet und dann wird gepresst. Und ja, ich fahre extra nicht so nah an den Zaun ran. Ich weiß, man könnte auch näher ran, aber da komme ich mit dem Schwader wahrscheinlich nicht hin. Ich finde eigentlich die Map an sich gar nicht so schlecht, aber es gibt, für meinen Geschmack, ähm, zu wenig Unterstellmöglichkeiten. Das finde ich wiederum ein bisschen schade. Es gibt auch wenig Möglichkeiten irgendwo was hinzustellen. Aber vielleicht ändert sich ja irgendwas dran an der Map noch. Lassen wir uns mal überraschen. Und da laufen die ganzen faulen Leute und ich muss arbeiten hier. Und sonst, wie jetzt euch so meine lieben Freunde, ich hoffe gut. Mir jetzt wunderbar. Danke der Nachfrage. Man merkt aber auch richtig, wie der mit den Drehzellen runter geht. So ist alles normal. Und jetzt hat der schon ordentlich zu ackern. Nein, theoretisch könnte ich die da auch machen, aber die ist mir definitiv zu hügelig. Da würde ich eine Stunde dran sitzen wahrscheinlich. Deswegen belassen wir, auch wenn ich nur vier, fünf Ballen rauskriege, ist mir ja, hauptsache ich habe jetzt mal wieder was. Ich habe hier noch ein bisschen was auf dem Hof, aber es ist nicht allzu viel. Ich glaube, acht. Acht könnte hinkommen. Wir können ja gleich mal nachschauen. Allrad brauchen wir jetzt nicht. Kann man ausmachen. So und dann ab zum Hof. So. Ich meine 50 km a fährt. Der reicht. Aber so 10, 10, 15 PS, so dass er vielleicht auf 180 kommt. Wäre schon nicht schlecht, würde ich sagen. Waren geht der Spiegel immer aus? Hallo? Hallo? Keine Ahnung. Waren geht der Spiegel immer aus? So. Wir können jetzt hier rechts hoch, aber ich glaube nicht, dass er da trifft. Deswegen mal hier hoch könnte man. Aber da zieht so ein bisschen steil aus. Deswegen fangen wir einfach mal gerade aus. Fahren dann zum Hof. Auf. Es ist noch nichts hier wachsen. So. Und jetzt mit Schmackes hier hoch. 26 Liter verbraucht er also die Stunde. So. Und da sind wir auch schon auf dem Hof. Da habe ich dieses Ding hingestellt. So. Und da stimmt auch alles schön wieder dahin wo es war. Ja. Wo haben wir den schicken Deutz? Ah, da steht er ja. Warum ist die Haustür auf? Egal. Ist die Haustür aufgelassen? Wo bist du? Olle? Ja. Da sind wir zu dick. Da kommt man nicht durch. So. Leute. Ich würde aber sagen, das war es für die Folge. Ähm. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge. mit dem Schwaden pressen, laden, hinbringen. Achso. Ich wollte ja noch, äh. Hey. Stopp. Lassen wir hier echt. Aber pass mal durch. Ein bisschen Bauch einziehen passt. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Eingelagerte Objekte, Strohballen, 6. Grasballen haben wir noch keine, die sind wir ja jetzt am machen und danach werden die Heuballen gemacht. So, jetzt würde ich aber sagen, wir sind mit dem Part am Ende und ich sage wie immer vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.